Ja, ich kann jetzt hier leider nicht neben dem Beethoven in Bonn stehen, aber ich schick ganz liebe Grüße aus Portland und ich wurde hier tatsächlich schon nach Beethoven angesprochen und zwar im Taxi von einem koreanischen Taxifahrer, der mich aufgrund meines deutschen Akzents angesprochen hat, wo ich denn herkomme. Und als ich dann meinte, ja, Thomas Bonn kannte der Beethoven und war total begeistert. Ja, und persönlich verbinde ich mit Beethoven auf jeden Fall das Klavierspielen, weil ich selber auch spiele und mich dann schon selber so an manchen seiner Stücke versucht habe. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ganz toller Komponist.